Ihr wollt wirklich meinen Freund sehen? Also wirklich. Ich weiß nicht, irgendwie hab ich dann das Gefühl, dass der Kanal sich nicht mehr um mich drehen wird. Hallo? Ich dachte, ich bin der Superstar. Aber okay, wenn ihr ihn unbedingt sehen wollt. Lass das bloß verschwinden. Jetzt. Lass das bloß verschwinden. Und jetzt. Schatz, komm mal her. TikTok will dich sehen. Ja, wo ist er denn?